Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Zusammenschnitt-Video von unserem Livestream. Und zwar mit sehr vielen speziellen Ankündigungen und gleichzeitig noch einem pädagogischen Nutzen, denn ich möchte hier nochmal alles so ein bisschen in feine, saubere Ordnung bringen. Und es geht selbstverständlich um die KI, die wir entwickelt haben live. Und zwar die KI, die Lungenentzündung, auch Pneumonie genannt, erkennen kann und auch erkennt am Ende. Und heute möchte ich euch selbstverständlich auch die Ergebnisse vorstellen. Ebenso wie man eigentlich das Ding entwickelt, also von vorne bis hinten durch. Wie sind wir da eigentlich vorgegangen? Das Video wird deutlich kürzer sein als der Livestream logischerweise. Wenn ihr aber genauere Informationen haben wollt, würde ich euch den selbstverständlich empfehlen. Zudem möchte ich einen kleinen Wettbewerb mit euch machen und dort mal gucken, wer die besten Ergebnisse erzielt. Und ja, was mit dem dann passiert, das erzähle ich euch am Ende. Okay, fangen wir also an. Warum haben wir eine KI entwickelt, die Lungenentzündung erkennt? Naja, ich glaube, das dürfte relativ klar sein, was wir aktuell für ein Problem haben. Und dementsprechend ist das auch, denke ich, ein ganz gutes Beispiel, was man sich gut vorstellen kann. Gut, also fangen wir an. Und zwar sagen wir erstmal, was genau muss man denn eigentlich tun, um so eine KI zu bauen? Wir wollen uns heute auch mal den Workflow angucken. Wie sind wir da vorgegangen? Insgesamt haben wir eigentlich sechs Schritte. Zum einen natürlich erstmal den Use Case identifizieren. Das heißt, was bringt mir so eine KI eigentlich? Das zweite sind die Daten. War, wie bekomme ich eigentlich Daten? Meine KI braucht irgendwelche Daten, auf die sie sich stützen kann. Ein Doktor kann auch nicht ohne Daten, also quasi ohne eine Ausbildung erkennen, ob jemand eine Lungenentzündung hat oder nicht. Und dann selbstverständlich muss ich mir ein Verfahren überlegen. Das heißt, ich überlege mir, möchte ich jetzt ein neuronales Netz bauen? Möchte ich vielleicht eine SVM schreiben oder was auch immer ich da benutzen möchte? Anschließend baue ich meine KI, das heißt, ich baue mir ein Modell. Ich baue mir quasi meinen Code drumherum und dann möchte ich den natürlich evaluieren. Wie gut ist das Ding? KIs sind nicht unbedingt so einfach zu verstehen, wie jetzt normaler Code ist. Ihr könnt nicht einfach hergehen und sagen, ich lese meinen Code von oben bis unten durch und habe dann auf jeden Fall ein richtiges Ergebnis. Sondern ihr müsst das Ding testen und Software solltet ihr auch testen. Aber neuronale Netze oder KIs solltet ihr auf jeden Fall testen und dann gucken, ist das Ding denn eigentlich gut? Und wenn es gut ist, kann ich es vielleicht sogar noch ein bisschen verbessern, wenn es schlecht ist, dann sowieso. Und am Ende, dann müsst ihr natürlich hergehen und das Ding deployen. Das heißt, ihr müsst wirklich irgendwo eine Plattform schaffen, mit der man das dann auch wirklich zur Verfügung stellt und dann für alle zugänglich macht. So, zu unserem Use Case. Ich glaube, der dürfte relativ klar sein, aber ich möchte ja mal kurz sagen, welche drei Kriterien wir hier oder welche ich mir gestellt habe, damit ich das Video überhaupt machen kann. Zum einen ist das der Nutzen. Was bringt diese KI denn überhaupt? Soll die irgendwas bringen? Und ja, in dem Fall eindeutig, was sie bringen soll. Sie soll nämlich eine Lungenentzündung erkennen und damit den Ärzten Arbeit abnehmen. Denn Arbeit ist momentan für Ärzte mehr als genug, da würde ich behaupten. Die Aktualität dürfte auch gegeben sein. Ich glaube, da kann mir jeder zustimmen, wenn wir hier von einem der größten Dinge überhaupt sprechen, die man so lösen möchte. Und zu guter Letzt die Realisierbarkeit. Und die Realisierbarkeit war bei mir stark abhängig von den Daten. Ich kann jetzt nicht mit euch irgendwie hier irgendwelche Videos analysieren und so weiter und so fort. Aber es muss natürlich in kurzer Zeit schnelle Ergebnisse geben. Deswegen auch hier diese KI. Gut, das heißt, wir gucken uns die Daten als nächstes an und überlegen uns, funktioniert das denn eigentlich? Und die Daten, da gibt es eigentlich, naja, nicht so große Probleme, wie man sich das vorstellen würde. Denn es gibt auch sehr viele Gratis-Plattformen im Internet, wo ihr zum Beispiel auf Kaggle einen wunderbaren Datensatz zur Pneumonie bzw. Lungenentzündung erkennt. Und wie ihr hier sehen könnt, sind da haufenweise Bilder drin von Leuten, die entweder gesund oder erkrankt sind. Und ja, die kann man einfach gratis runterladen und da dann seine KI drauf basieren. Man muss die Daten natürlich richtig formatieren. Das haben wir in unserem Livestream mit PowerShell gemacht. Könnt ihr aber auch selbstverständlich mit was auch immer machen, Python oder wie auch immer. Das heißt, aufteilen einfach, welche Daten tun eigentlich was und welche Daten sind es von gesunden oder kranken Leuten. So, und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr zu den Daten machen müsst. Danach habt ihr einen Datensatz und dann könnt ihr schon direkt hergehen mit eurem Verfahren für die Bilderkennung. Wir überlegen uns, welches Verfahren ist eigentlich für Bilderkennung am besten geeignet. Und da kommen wir selbstverständlich wieder mal zu unserem Convolutional Network, welches ich euch in meiner Neuronale Netze-Playlist mehr als genug vorgestellt habe, denke ich mal. Und da ist dann auch eigentlich alles soweit erklärt. Ich verlinke das selbstverständlich hier in den Infokarten. Aber ja, das ist sozusagen das Nonplusultra, was Bilderkennung angeht. Damit kann man wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse fahren. Und im Fall von unserer Lungenentzündungs-KI hatten wir natürlich Bilddaten als Röntgenbilder von der Brust. Das heißt, wir haben hier tatsächlich Bilddaten. Und ja, deswegen können wir da einfach ein Convolutional Neural Network verwenden und das dann eben auch verwenden. So, und ja, jetzt wechseln wir zu der Entwicklung. Das heißt, wir wollen jetzt das Ding auch wirklich fertigstellen. Und das wollen wir dann im Deep Learning Studio machen, welches ich euch jetzt mal kurz vorstellen möchte. Bevor wir allerdings anfangen mit der Entwicklung des Neuronalen Netzes, möchte ich nochmal ganz kurz hier auf GetInIT aufmerksam machen, die den Livestream sowohl als auch dieses Video hier unterstützt haben. Und ja, bei GetInIT könnt ihr einen Job finden in der Informatik, falls ihr auf der Suche nach einem seid. Das heißt, alles, was ihr machen müsst, ist euch dort anzumelden mit den Links aus der Beschreibung und dann einfach mal euer Profil anlegen. Wir haben das Ganze schon bei der React-Tutorial-Reihe gemacht. Nach dieser Reihe hier, wenn ihr euch mit Deep Learning auskennt, könnt ihr hier einfach eintragen, dass ihr euch mit Machine Learning auskennt. Und natürlich setzt ihr eure Kenntnisse auf volle 5, denn ihr könnt immerhin eine KI entwickeln, die Pneumonie bzw. Lungenentzündung erkennt. Und ich finde, das ist schon ziemlich geil. Und dann kommen garantiert sehr, sehr viele Firmen auf euch zu und fragen euch, ob ihr einen Job bei denen haben wollt. Denn bei GetInIT ist es so, ihr legt euer Profil an, die Firmen bewerben sich bei euch. Im Deep Learning Studio haben wir zunächst einmal hier unter den Datensätzen einen neuen Datensatz angelegt, nämlich die Lungenentzündung. Den mussten wir dann über den File-Browser hochladen und ihr seht hier schon, wir haben genau das übernommen, was wir da auch drin hatten. Nämlich Gesunde und Kranke und diese Train.csv, die ihr am Ende gesehen habt, wo einfach die ganzen Werte, sprich die Bilder verlinkt waren und der Status, ob gesund oder krank, eben drin ist. Das ist da quasi alles in diesem Datensatz drin. Diese drei Dateien werden von dem Deep Learning Studio für euch erstellt. Das müsst ihr überhaupt nicht machen. Das heißt, da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Es ging wirklich nur den Datensatz, den ihr auch gerade eben schon gesehen habt. Dann sind wir hergegangen und haben selbstverständlich ein neues Projekt angelegt und haben hier dieses Lungenentzündungsprojekt angelegt. Und hier haben wir nun ja ein bisschen tricksen müssen. Das möchte ich jetzt hier nicht genauer vorstellen. Aber wir haben hier einen kleinen Trick gemacht, damit wir hier auch keine Fehler mehr bekommen haben. Haben aufgeteilt 80% Trainingsdatensatz, 20% Validationsdatensatz. Haben hier umgestellt auf Bilder in dem Input-Port und kategorisch 2 im Output-Port. Kategorisch 2 bedeutet, entweder man ist einfach krank, das wäre dann diese 1 hier, dann leuchtet sozusagen das zweite Neuron oder man ist gesund, dann leuchtet das erste Neuron und gibt euch eine 1 aus. Also das erste Neuron gibt euch eine 1 aus. Hier gibt euch das zweite Neuron eine 1 aus und das erste selbstverständlich eine 0. Gut, dann sind wir hergegangen und haben einfach das Modell erstellt. Und das Modell könnt ihr hier über das AutoML relativ gut schon mal bauen. Das ist aber viel zu anstrengend für meine Grafikkarte gewesen im Training, weil das Ding jetzt noch sehr, sehr groß ist. Also ihr seht, wir haben hier nicht nur irgendwie 5, 6 Schichten drin, sondern wir haben wirklich massiv viele Schichten drin. Und die Bilder haben alle eine Größe von 1317 mal 1857. Das ist schon sehr, sehr viel. Das heißt, wir mussten hier selbstverständlich auch einige Schichten anpassen. Zum Beispiel haben wir hier die Filter reduziert und einige Convolution-Schichten gelöscht und einige Dropout-Schichten eingefügt. Und am Ende hatten wir dann einfach nur eine Ausgabe hier unten, die uns zwei Neuronen ausgibt, von denen wir dann eben auch diese zwei Neuronen einfach verwenden können. Und damit haben wir dann auch die KI im Endeffekt soweit fertiggestellt. Ich stelle euch das selbstverständlich alles zur Verfügung. Warum, werdet ihr am Ende auch noch genauer erfahren. Dann kann man hier eigentlich dem Workflow direkt folgen und die Hyper-Parameter einstellen. Das heißt, wir haben hier die Parameter eingestellt. Ich habe mir jetzt über Nacht erlaubt, das Ding zu trainieren, weil es über 6 Stunden, das kann ich schon mal spoilern, über 6 Stunden am Trainieren war. Wir haben hier 30 Epochen lang trainiert mit einer Batch-Size von 16, mit der Loss-Function von Binary Cross-Entropy und dem Optimizer AdaDelta. All diese Dinge habe ich in meiner Neuronale Netze-Playlist genauer erklärt, aber ihr könnt natürlich auch einfach das hier übernehmen. Das sind für diesen Ansatz sehr, sehr gute Optionen. Gerade wenn ihr Bilderkennung mit solchen Ergebnissen habt, also entweder ist es krank oder es ist gesund, dann könnt ihr hier Binary Cross-Entropy und AdaDelta wunderbar verwenden. Und Batch-Size musste ich runterstellen, weil sonst meine Grafikkarte am Weinen war und einfach nicht genug Speicher hatte. So, anschließend haben wir das Training gestartet und je mehr Epochen übrigens, desto besser könnt ihr sehen, was eure Ergebnisse genau sagen. Und wir sehen hier, wir haben sogar tatsächlich hier über 6,5 Stunden trainiert. Meine Grafikkarte war fast komplett ausgelastet und jetzt musste ich ganz kurz das Fenster resizen und dann sehen wir hier, unser Training war erstmal relativ katastrophal. Wir haben viele Fehler gemacht und anschließend sind wir besser geworden. Jetzt sehen wir hier aber zwei Linien. Einmal sehen wir hier diese Average Accuracy und dann sehen wir die Wall Accuracy. Und diese beiden Kurven sind sehr, sehr aussagekräftig. Ihr seht, die Average Accuracy ist fast immer weiter gestiegen. Hier hat es immer mal wieder neue Einbrüche erlebt. Das ist, wenn die Trainingsdaten von vorn angefangen haben, sprich, wenn ihr von Epoche 1 auf Epoche 2 gewechselt seid. Und hier sehen wir, das Ding ist erstmal gestiegen, gestiegen auf 0,9 und dann weiter gestiegen, weiter gestiegen, weiter gestiegen und so weiter und so fort. Und da sehen wir, das war schon echt viel. Und hier sind wir schon bei 96% Average Accuracy. Das ist aber nicht so gut, wie wir jetzt uns denken. Wir sehen hier, wir sind immer weiter nach oben gestiegen und am Ende waren wir sogar bei 99% Erkennungsgenauigkeit auf unseren Trainingsdaten. Das ist nicht die finale Erkennungsgenauigkeit. Das ist nicht so gut. Und zwar haben wir hier bei unserer Trainingsgenauigkeit natürlich nur die Daten, die in unserem Training drin sind. Das heißt, unsere KI lernt einfach mehr oder weniger Teile von den Daten auch auswendig, okay? Das heißt, diese grüne Kurve sagt uns nur, wie gut wir auf den Daten sind, auf denen die KI lernt. Das sind aber keine echten Daten mehr. Denn das ist, als würdet ihr euch in Matze jedes mögliche Problem die ganze Zeit im Kopf wiederverwenden und wiederverwenden. Und zum Beispiel lernt ihr dann auswendig 2 plus 4 ist 6. 6 plus 6 ist 12. Ja, all diese Dinge lernt ihr auswendig. Aber es geht darum, dass ihr am Ende jegliche Zahlen miteinander addieren könnt. Egal wie groß diese Zahlen sind, okay? Und egal wie klein von mir aus auch. Jede Zahl sollte addierbar sein. Und das heißt, nicht jede Zahl oder nicht jede Addition war natürlich in eurem Trainingsdatensatz. Also gehen wir hierher und gucken uns an, wie gut ist es denn auf Daten, die es davor noch nie gesehen hat. Und dafür haben wir diese Validationsdaten, diese orangene Kurve hier. Und das heißt, wir gucken uns jetzt lieber mal an, was sagt uns eigentlich die orangene Kurve. Und die orangene Kurve sagt uns hier 0,92. Das ist zu den 0,98 schon ein deutlicher Unterschied. Das heißt, wir haben hier nur 92% Genauigkeit. Und nur steht hier in Anführungsstrichen. Ich komme gleich noch genauer zu den Ergebnissen. Wir haben hier also eine Kurve, die uns immer angibt, wie gut wir eigentlich immer sind. Und das hat auch ein bisschen was mit Zufall zu tun. Das muss man einfach so sagen. Denn offensichtlich, manchmal lernt die KI mehr, manchmal vergisst sie auch wieder mehr. Und was man dann normalerweise macht, ist, man beendet das Training nach einer gewissen Epoche. Und das hier war unsere beste Epoche. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir haben 96%, 96,28 übrigens sogar genauer gesagt, 96% Erkennungsgenauigkeit. Das heißt, von 100 Bildern mit Pneumonie oder keiner Pneumonie, also mit 100 Röntgenbildern von der Brust, habt ihr 96,3, also gerundet 96 Bilder, richtig zugeordnet. Also höchstwahrscheinlich sind 96 Bilder richtig erkannt. Also egal, ob es Pneumonie ist oder nicht Pneumonie, ihr habt erkannt, was es davon ist in 96% der Fällen. Und das, meine Damen und Herren, ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das würde jedem Doktor die Arbeit stark erleichtern, würde ich behaupten. Das heißt, was ihr jetzt machen könnt, ist einfach zu sagen, okay, dieses Netz ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann das verwenden, aber vielleicht kann man es ja noch optimieren. Dazu kommen wir sofort, ja. Was wir jetzt allerdings erstmal machen, ist, wir gehen auf Inference und Deploy. Und hier könnt ihr dann ein bisschen rumspielen mit der Inferenz. Was ihr aber vor allem machen könnt, ist, ihr könnt euch das trainierte Modell herunterladen und ihr könnt euch auch den Code herunterladen. Der Code ist hier dabei oder ihr findet den unter Modell und dann hier auf View Code. Hier findet ihr den kompletten Code. Ihr seht, es wird intern Keras verwendet, was eine sehr, sehr berühmte Plattform oder ein sehr berühmtes Framework für Neural Networks ist, also generell für neuronale Netze. Und ihr seht auch, hier ist euer komplettes neuronales Netz dargestellt. Das könnt ihr komplett hier verwenden, wenn ihr das wollt. Das heißt, ihr könnt das einfach runterladen und selbst ein bisschen trainieren. Ihr müsst wahrscheinlich noch ein kleines bisschen an euren Daten und so weiter feilen, beziehungsweise an dem Code. Das könnt ihr aber durchaus mal machen. Und ihr habt natürlich da drin auch dann komplett alles, was ich mit dem neuronalen Netz gemacht habe. Also welche Schichten ich verwendet habe, welche Aktivierungsfunktionen. Also ihr seht hier, ich habe Relu verwendet. Ich habe eine Convolution drin mit dem Namen Convolution 254, warum auch immer die so heißen. Ihr seht hier meine Filtergröße und so weiter und so fort. Das heißt, aus diesem Ding, was ich euch selbstverständlich zur Verfügung stelle, könnt ihr das komplette Teil rekonstruieren. Okay? Und das möchte ich jetzt mal mit euch machen. So, das heißt, wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Optimieren. Wir wollen dieses neuronale Netz wirklich optimieren. Das heißt, wir wollen schauen, wer von euch kriegt die allerbesten Ergebnisse hin. Wer von euch schafft es, meine 96,28% zu toppen. Das heißt, wer schafft da eigentlich mehr. Vielleicht müsst ihr einige Dropout-Schichten einfügen, weil offensichtlich generalisiert unser neuronales Netz noch nicht ganz so gut. Vielleicht müsst ihr aber auch mehr Schichten einfügen. Vielleicht müsst ihr es einfach länger oder kürzer trainieren. Was auch immer euch da einfällt. Seid da kreativ und versucht da mal euer Bestes. Und wir wollen jetzt hier eine kleine Art Community-Wettbewerb starten. Das heißt, ihr habt Zeit bis Sonntag nächste Woche. Also Sonntag 5. April habt ihr Zeit, um hier das beste neuronale Netz bei mir abzugeben. Also damit meine ich nicht, ihr sollt das komplette neuronale Netz abgeben. Sondern wir wollen einfach nur im Discord bitte schauen, wer hat das genaueste neuronale Netz geschrieben. Es gibt dafür jetzt einen extra Channel auf Discord. Und dort könnt ihr das Ganze dann einfach reinschreiben. Einfach nur euren Wert bitte. Das heißt, ihr schreibt, Achtung, ihr müsst den orangenen Wert, also den besten orangenen Wert da eintragen. Also ihr müsst hier wirklich schreiben 0,9628. Okay. Das ist das, was ihr da eintragen müsst. Nicht mehr und nicht weniger. Nichts anderes in dem Channel schreiben. Und dann schauen wir, wer das beste Ergebnis hatte. Und dessen KI versuchen wir dann zu deployen. Ich rede dann mit demjenigen. Und der kann dann mal gucken, vielleicht können wir da eine Flask-App drausschreiben. Sodass man da wirklich Bilder hochladen kann. Und dann eben auch automatisch überprüfen kann. Und ja, das ist es eigentlich von meiner Seite auch wieder. Wichtig ist, schaut bitte nochmal in die Beschreibung rein. Und ja, genau. Das ist eigentlich tatsächlich alles jetzt, was ich sagen möchte. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch vielen Dank, dass ihr den Livestream gesehen habt. Ich verlinke euch selbstverständlich in den Infokarten alles, was ihr braucht. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.